Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Matthias Magdowski, Chief Officer of Student Happiness an der Otto-von-Gericke-Universität in Magdeburg. Ich kann mal mit meiner Kamera noch so ein ganz bisschen reinzoomen, glaube ich. So, und gebe mal auf jeden Fall meinen Bildschirm frei und habe wie immer zum Anfang eine kleine Eisberger-Frage vorbereitet. Es ist ja sozusagen Sommer und Camping- und Festivalsaison. Ich habe auch schon in den sozialen Medien die ersten Fotos von aktuellen und oder ehemaligen Studierenden gesehen, die Fotos von irgendwelchen Festivals gepostet haben. Und muss jetzt mal, glaube ich, die Frage freigeben oder muss mal wieder in den Browser reingehen. Ja, und dann stelle ich fest, dass ich da noch was habe, was ich zeigen muss, ganz unbedingt. Aber ich klicke mal hier auf Präsentieren. Genau, und dann sollte es da diese schöne Frage geben. Es gibt noch weitere Fragen, aber ich habe die jetzt nicht einzeln freigeben. Also, ich brauche jetzt erstmal nur diese Frage ausfüllen. Und dann gibt es auf jeden Fall schon mal eine Antwort. Ich zeige mal nochmal die Folien und den QR-Code. Also, von einem, würde ich sagen, geradezu fürstlich ausgestatteten Zelt zu einem, was immerhin auch sehr ansprechend beleuchtet ist, zu einem sehr robusten und stabil aussehenden Zelt. Dann würde ich sagen, so ein ganz normales Festivalzelt, so ein Zelt, was ein bisschen spartanischer ausgestattet ist, was ein bisschen kaputt ist. Hier, schwer zu sehen, aber das Zelt steht etwas im Wasser. Augen auf bei der Zeltplatzwahl, würde ich sagen. Ja, das ist immer nicht in einer Lunke zelten. Zelt, keine Ahnung, nach dem Sturm. Und hier ist jemand gänzlich ohne Zelt unterwegs. So, und da schauen wir mal, ob es Ergebnisse gibt. Und es gibt immerhin zwölf Antworten. Und jetzt muss ich, glaube ich, wieder auf Ergebnisse klicken. Oh ja, und dann gibt es eine deutliche, also fast wie bei der letzten Europawahl, obwohl das natürlich absolut nicht vergleichbar ist, eine deutliche Rechtstendenz leider zu verzeichnen. Obwohl, weil es bei den Zelten natürlich nichts zu sagen hat. Ja, also es ist, desto desaströser, desto häufiger und beliebter. Also das und das liegt hier relativ weit vorne. Ich weiß nicht, ich hätte heute zumindest mindestens sowas wie eine 4 gewählt, wenn nicht sogar eine 3. Denn ich bin gut drauf. Ich habe heute Morgen ja schon eine Lärveranstaltung gehabt. Zwischendurch war ich beim Zahnarzt. Kann ich jetzt wieder ganz entspannt in die Kamera lächeln. So, fantastisch. Okay, dann gibt es noch eine zweite Umfrage. Nämlich am, weiß nicht, Sonntag. Diesmal relativ spät, sonst mache ich das ja manchmal schon am Samstag. Aber da hatte ich irgendwie keine Zeit. Weil Tomorrowlabs Wissenschaftsfestival im Wissenschaftshafen. Da bin ich erst am Sonntag dazu gekommen, die 11. Zusatzaufgabe zu versenden. Hallo auch an die zwei Zuschauenden bei Twitch. Schreibt mal irgendwas in den Chat, um mich wissen zu lassen, ob das gut funktioniert. Also auf, bezogen auf die 11. Zusatzaufgabe, ja schon gelöst, ja sieht einfach aus, ja sieht schwierig aus, nein noch keine Zeit, nein noch nicht bekommen, das wäre komisch. Oder welche personalisierte Zusatzaufgabe, das wäre noch komischer. So, jetzt muss ich hier glaube ich weiterklicken. Jetzt gibt es hier schon zwei Antworten. Oh ne, das ist irgendwie, ah verdammt. Ich stelle fest, Moment, ich muss mal rausgehen aus der Nummer. Das ist doch glatt eine Frage, die ich irgendwie vergessen habe, mit hinzuzubauen. Wie komme ich jetzt wieder raus? Escape. Personalisierte Zusatzaufgaben. Kopieren in GT Plenum. So, jetzt ist natürlich nur die Frage, wo taucht die jetzt hier auf? Jetzt mache ich mal. Äh, nur diesen Inhalt freigeben. So, jetzt sollte das aber funktionieren mit der richtigen Frage. Also ganz angekommen bin ich in diesem Partisi-File-Werkzeug immer noch nicht, aber so seht ihr jetzt die Frage? Fantastisch. Das ist sehr gut. So, und da das ja jetzt nicht so lange braucht, da irgendwas anzuklicken, kann ich bestimmt mal wieder zurückwechseln. Wir haben auch schon elf Antworten. Und nein, noch keine Zeit. Naja gut, wie ich am Wochenende keine Zeit hatte, die Aufgabe, frühzeitig zu verschicken, haben wir jetzt alle keine Zeit. Aber ein paar haben sie irgendwann schon gelöst. Das ist ja gut. So, dann also in diesem Partisi-File-Irgendwo sollte es da in der studentischen Ansicht immer noch nicht sein. So ein Q&A geben. Da stehen jetzt vier Fragen drin, die ich eigentlich auch schon, glaube ich, mal beantwortet habe. Aber da können gerne jederzeit Fragen reingeschrieben werden. So, und jetzt war ja letzte Woche, wenn ich mich richtig erinnere, also letzte Woche gab es zwei Vorlesungen, richtig? Eine am Mittwoch, eine am, genau. Da war mal Thema Brückenschaltung, Filterschaltung. Und ich hatte mir überlegt, dazu jetzt nochmal irgendwie so ein kleines Experiment zu zeigen, weil das vielleicht ganz interessant ist, sich das nochmal so praktisch anzuschauen. Und wir können ja mal mit so einem handelsüblichen Tiefpass-Filter irgendwie anfangen. Wenn ich jetzt einen Tiefpass-Filter aufbauen will, und ich kann ja mal kurz zeigen, was ich jetzt hier irgendwie habe, wenn ich auf meine Kamera rüber schwenke. Also ich habe hier so eine schöne Box von Wirt Elektronik. Design your EMC-Filter-Kit. Kann man so kaufen. Ich weiß gar nicht, was das gekostet hat. Ich glaube, das war relativ teuer, weil da ziemlich viele Komponenten drin sind. Und also man sieht, hier gibt es so vorgefertigte Platinen. Da muss man aber dummerweise die Bauteile drauflöten. Ja, was jetzt für so Live-Messungen in der Lehrveranstaltung nicht so wahnsinnig praktisch ist. Man kriegt eine schöne Pinzette. Man kriegt alle möglichen Induktivitäten. Und diese Induktivitäten kann ich vielleicht gleich noch was zu erzählen. Die haben sozusagen so eine gewisse Besonderheit. Hier sind auch noch mal unten Induktivitäten. Und da sieht man, die haben immer, also hier sieht man, dass die von unten auf so einen Ringkern gewickelt sind. Und die haben immer vier Anschlüsse. Also die haben nicht nur zwei Anschlüsse irgendwie rein, raus, sondern die haben vier. Und dann gibt es hier noch ein paar Kondensatoren. Die gehen, wenn ich jetzt mal so lese, von 0, also von 10 Nanofarad ist der hier 15 Nanofarad, 150 Nanofarad. Und die können aber jeweils irgendwie 230 Volt ab. Ja, deswegen sind die so groß. Also obwohl die relativ wenig Kapazität haben, sind das ziemlich große Klopperkondensatoren, weil die eben viel Spannung abkönnen. Und hier sind noch mal SMD-Kondensatoren drin. Also die man so direkt auf die Leiterplatte auflötet. Die haben dann nur was im Pico-Farad-Bereich. Das könnte man jetzt hier oben irgendwo lesen, wenn man wollte. So, und es gibt eben diese Induktivitäten. Und eine solche Induktivität habe ich jetzt hier schon mal, anstatt zu löten, auf so ein Steckbrettchen gebaut. Jetzt ist so eine Frage, die man sich fragen könnte, warum hat diese Induktivität jetzt eben zwei Wicklungen und sozusagen vier Anschlüsse? Und wenn man auf die entsprechende Platine hier guckt, in der Mitte würde man die hier anlöten. Und dann, da hat die auch so eben diese vier Anschlüsse und man sieht, naja, das ist so das nicht ganz übliche, aber trotzdem irgendwie einigermaßen verbreitete Schaltsymbol für so eine Induktivität. Und dann gibt es noch eine Induktivität und dann ist da wie so eine Klammer, wie so ein Strich zwischen den beiden. Was soll das? Warum? Was hat sich der Wirt Elektronik dabei gedacht? So, und alles Rätsel ist Lösungen, hat damit zu tun, dass ein Filter und so wie man jetzt eigentlich auch bauen würde, als Netzfilter für irgendwelche Geräte. Und was ja Geräte immer brauchen, ist ein Betriebsstrom aus der Steckdose. Und Betriebsstrom fließt immer so, der fließt, dass ich es hier so zeigen würde, der fließt auf der einen Leitung hin und auf der anderen Leitung zurück. Und wir würden sagen, das ist ein Gegentaktstrom, der fließt in eine entgegengesetzte Richtung. Und der muss da ja fließen, das ist der Strom, den das Gerät braucht zum Arbeiten. Strom fließt hin, tut seine Arbeit, fließt wieder zurück. Also der Strom, der soll da durchfließen. Der ist auch nicht schlimm, weil, ich kann ja mal meine Kamera jetzt hier kurz groß machen, weil, also entgegengesetzter Strom auf einer Leitung, der Strom, der hinfließt, rechte Handregel, macht ein Magnetfeld in die Richtung. Der Strom, der zurückfließt, rechte Handregel, macht ein Magnetfeld in die entgegengesetzte Richtung. Die beiden Magnetfelder, wenn die beiden Leitungen dicht beieinander sind, und das ist ja bei so einer Netzleitung der Fall, wenn ich hier das Netzkabel von meinem Laptop habe, da sind die ja super dicht beieinander, dann heben sich die Magnetfelder auf, überhaupt gar kein Problem, alles schön. Macht keine Störung im Sinne von elektromagnetischer Verträglichkeit. Aber, wenn auf beiden Leitungen der Strom in die gleiche Richtung fließt, aus irgendwelchen Gründen, Magnetfeld, Magnetfeld, Magnetfelder addieren sich, macht Magnetfeld. Also, der Gegentaktstrom ist der gute Strom, der Strom, der in die gleiche Richtung fließt, der Gleichtaktstrom, das ist der böse Strom. So, und diese Spulen, die wir jetzt hier haben, die nennt man auch Leichtaktdrosseln oder Stromkompensierte Drosseln, weil die genau das machen. Also, da sind zwei Spulen auf einen Kern gewickelt. Ja, und wenn man sich das jetzt so mit dem Richtungssinn und so überlegt, dann ist das so, wenn da so ein Gegentaktstrom fließt, dann macht der Gegentaktstrom auch in dieser Spule zwei entgegengesetzte Magnetfelder, dann heben die sich praktisch gegenseitig auf, dann misst man da fast gar keine Induktivität, dann ist die Spule nicht wirksam. Aber wenn der Strom in die gleiche Richtung fließt, dann wird diese Spule, dann wird diese Induktivität wirksam. So, und das können wir gleich mal, bevor wir jetzt irgendwie eine Filterschaltung bauen, mal versuchen hier zu messen. Ich habe hier ein schönes, kann man lesen, RLC-Meter von Winstack und das misst eben Bauelemente nach RL und C. So, und jetzt bin ich hier in irgendeinem Menü drin, da gehe ich mal wieder raus oder ich muss mal irgendwie auf Measure gehen und jetzt sieht man, dass das irgendwie, also eine Parallelkapazität und sowas wie ein Verlustfaktor misst. Das will ich jetzt nicht haben. Ich will, ich muss mal hier ins Menü gehen und das hier oben auf irgendwas ändern, was mit L zu tun hat. Also LPRP wäre so Parallelinduktivität, Parallelwiderstand, LSRS, das ist das Richtige, was wir vielleicht haben wollen. Das wäre ein Serienwiderstand, eine Serieninduktivität. Also Widerstand, Induktivität in Reihe von dieser Spule. So, und jetzt gehe ich mal wieder da raus oder gehe auf Measure und jetzt misst es schon mal irgendwie was, was wahrscheinlich nicht wahnsinnig sinnvoll ist und man sieht, ich messe bei einer Frequenz von 10 Kilohertz. Die habe ich jetzt schon mal irgendwie vorher eingestellt oder die ist hier voreingestellt. Wenn ich jetzt die beiden Messleitungen mal zusammenhalte, sieht man, da kommt eine ziemlich kleine Induktivität raus und ein kleiner, naja, jetzt in dem Fall sogar auch negativer Widerstand, nicht wahnsinnig sinnvoll. Ist jetzt auch nicht kalibriert, das Gerät, aber das, was man jetzt so irgendwie so erwarten würde, ja. So, und jetzt kann ich mal, jetzt komme ich hier nicht an die Anschlüsse ran, weil ich das hier reingesteckt habe. Das heißt, ich muss mir mal noch ein paar Messkabel hier besorgen. Und stecke die jetzt mal hier so ran, dass, wo kommen die Beinchen hier raus, hier. Ja, also ich messe jetzt mal eine von diesen Spulen. Also ich habe das jetzt genau an einer Spule herangesteckt und schließe jetzt mal diese Messklemmen hier an. So, und jetzt misse das Teil und irgendwie erscheint mir das aber trotzdem nicht so wahnsinnig sinnvoll. Habe ich das jetzt überall richtig ran? Warum ist denn das eine negative... Also irgendwie, es sieht so aus, wenn ihr einfach irgendein Kabel kaputt ist. Also das Kabel funktioniert, ne. Das Kabel hat jetzt ein bisschen Induktivität, scheint zu funktionieren. Das nächste Kabel hat auch ein bisschen Induktivität. Scheint auch zu funktionieren. So, und wenn ich jetzt die Kabel hier reinstecke, es könnte jetzt natürlich noch sein, dass ich habe das natürlich wie immer nicht vorher ausprobiert, dass diese Spule gar nicht so richtig mit dem Steckbrettchen irgendwie kontaktiert ist. Weil, weiß ich nicht, aus welchen Gründen... Ne, da kommt nichts ins Volles bei raus. Moment, dann rupfe ich die mal jetzt hier einfach wieder raus. Und schließe es mal direkt hier an die Beine an. Kommt auch nichts bei raus. Was hat denn sich der Wirt-Elektronik hierbei gedacht? Ist das nicht angeschlossen, oder was? Ach so, warte mal, ich verstehe. Also, ich habe das Prinzip dieser Spule falsch verstanden. Also, ich habe jetzt die ganze Zeit praktisch einen Leerlauf gemessen. Ich war überhaupt gar nicht an irgendeiner Spule angeschlossen. Ich muss das Ganze so anschlossen. So, also. Eine Spule. Das können wir uns mal merken. Ähm... Machen wir mal ein Foto davon. Eine Spule hat 21 Millie-Henry. Ja. So, jetzt schließe ich das mal an die zweite Spule an. Jetzt ist das offensichtlich wieder nicht richtig angeschlossen. Immer noch nicht. Es ist von oben schwer zu erkennen, wo hier die Anschlüsse sind. Okay, das ist die zweite Spule. Die andere Spule von den beiden, die hat auch 21 Millie-Henry. Ja. Und... Ähm... Jetzt... Kann man mal Trick 17 machen. Wenn ich jetzt... Am Anfang... Beide Spulen mal miteinander kurz schließe. Also ich verbinde die Eingänge miteinander und ich verbinde die Ausgänge miteinander und schalte diese beiden Spulen praktisch parallel. Ja. So, und so sind die jetzt parallel geschaltet. Von oben sieht man es so ein bisschen besser. Und jetzt nehme ich noch jeweils ein Kabel und ähm... Schließe mal ein Kabel am Anfang an und ein Kabel nochmal hier am Ende an. So, und jetzt kann man sich überlegen, was sollte denn jetzt passieren. Also jeweils einzeln hatten die Spulen ähm 21 oder sagen wir mal 20 Millie-Henry. Ja. Und jetzt habe ich die beide miteinander parallel geschaltet. Und die sind... So, also erstmal, wenn man zwei gleiche Spulen parallel schalten würde, was sollte da rauskommen? So, wie wenn man zwei Widerstände parallel schaltet. Zwei gleiche Widerstände. Sollte eigentlich die Hälfte rauskommen. Wenn ich, keine Ahnung, 100 Ohm oder wenn ich 20 Ohm, 20 Ohm parallel schalte, sollten 10 Ohm rauskommen. 20 Millie-Henry, 20 Millie-Henry parallel, sollte 10 Millie-Henry rauskommen. Aber die sind auf den gleichen Kern gewickelt. Ähm... Und das Magnetfeld addiert sich jetzt. Ja, was die beide jeweils machen. Das ist genau das, was auf der Platine hier... Ähm... Diese Striche in der Mitte darstellen sollen. Diese beiden Spulen sind miteinander gekoppelt. Und deshalb kommt da jetzt, weil die beide miteinander gekoppelt sind, ähm... Sollte da genau wieder das Gleiche rauskommen wie vorher. Also im Prinzip die Hälfte und dann wieder das Doppelte durch die Kopplung. Also da sollten wieder 21 Millie-Henry rauskommen. Und wie man sieht, passiert das auch. Ja, also beide Spulen parallel geschaltet machen das. So, jetzt rupfe ich das Ganze wieder auseinander. Mache mal die ganzen Kälbchen wieder weg. Ähm... Ähm... Und jetzt baue ich das so, dass ich hier vorn messe... Also ich messe jetzt an der einen Seite und hier hinten nehme ich auch ein Draht, mit dem ich die Spulen in Reihe schalte. Also das, was wir vorher hatten, war dieser Gleich-Takt-Strom. Jetzt haben wir praktisch den Gegentakt-Strom. Strom fließt durch die eine Spule hin. Und der Strom fließt durch die andere Spule zurück. Fließt durch die beiden miteinander gekoppelten Spulen in die gegengesetzte Richtung. So, was sollten jetzt die Magnetfelder machen? Die sollten sich gegenseitig aufheben. Und die Induktivität, die wir jetzt messen... ...sollte viel, viel kleiner sein. Ja, also die sollte... Keine Ahnung. Ähm... Also auf jeden Fall deutlich, deutlich kleiner als vorher. Im Idealfall, wenn die vorher total gleich waren und die Kopplung genau eins ist, dann heben die sich jetzt genau exakt gegenseitig auf. Und da kommt null raus. Aber da wird natürlich nicht null rauskommen. So, aber jetzt messen wir. Und dann sieht man, da kommt auch tatsächlich... ...ähm... ...viel, viel weniger raus. Nämlich... ...133 Mikro-Henry. Ja, und das ist genau sowas. Also solche Spulen... Ihr könnt jedes... ...nah anzu jedes Gerät zu Hause auseinanderbauen, wo irgendwie ein Motor drin ist, was am Netz betrieben ist. Da sind immer solche Filter drin, die genau mit sowas arbeiten. So stromkompensierte Drosseln, Stuhlen, Filter. So. Und jetzt können wir zurück zu der Frage kommen. Ähm... Wie baue ich jetzt damit nun Filter? Ja. Oder wie kann ich... Wie kann ich einen Tiefpass-Filter bauen? Also wenn wir so an die Grundbau-Elemente denken... Ähm... Sagen wir mal R und L und C... Wie baue ich einen Filter? Ja, also wir wollen ja jetzt... Im Moment wollen wir einen Tiefpass-Filter haben. Also... Welche Möglichkeiten hätte ich, um einen Tiefpass-Filter zu bauen? Also Induktivität bei tiefen Frequenzen... Ist die wie ein Kurzschluss, setzt die jetzt durch. Bei hohen Frequenzen blockt die. Also wenn ich hier vorne sage, das ist mein Eingang. Ja, und ich... Ich muss mal... Ähm... Auch hier mal kurz mich... Mich kalibrieren, wie hier eine gerade Linie geht. So. Ja. Also wenn ich hier eine Induktivität hinbaue... Und hier sozusagen Widerstand nach unten... So. Ähm... Nicht sehr hübsch, aber okay. Ja. So. Also L und R, so sollte funktionieren. Oder genauso, wenn ich ein R hier oben hinbaue... Und hier hinten ein C hinbaue... Dann sollte das irgendwie genauso gut funktionieren... Als ein Tiefpass-Filter. Und das wären jeweils Tiefpass-Filter erster Ordnung... Weil ich habe ja jeweils nur ein Speicher-Element. Und jetzt könnte ich das auch noch miteinander kombinieren... Und sagen, ich baue hier oben ein R, ein L hin... Und ich baue hier ein C hin. Und dann sollte das umso steiler nach unten gehen. Und dann hätte ich irgendwie ein Tiefpass-Filter zweiter Ordnung gebaut. So. Und das können wir jetzt ja mal noch irgendwie probieren. Ähm... Aufzubauen. Und weiß ich, wenn wir dann mal bei... Also bei einer Variante die beiden Elemente gegeneinander tauschen... Ähm... Dann sollte eben Hochpass-Filter rauskommen. So. Also... Wenn wir schon mal bei der Induktivität sind... Ähm... Lassen wir das vielleicht mal dabei. Ich mache mal die Kabel ab. Schalte das mal kurz wieder aus. Schiebe das mal nach hinten. Ja. Und jetzt haben wir ja hier das Steckbrettchen mit einer Induktivität. Also die... Von hier nach hier, das ist eine Induktivität. Wenn ich jetzt zu der noch einen Widerstand... Ähm... Da hinten in... Tja, in Reihe schalte, wenn man so will. Ja. Dann habe ich so diesen ersten Filter aufgebaut, den wir da gerade gesehen haben. Also hier hinten muss jetzt noch irgendwo ein Widerstand rein. Upsi. Und man darf nicht die Beine verbiegen dabei. So. Und der muss genau an diese Stelle. Ja. Also... Induktivität, Widerstand. Jetzt brauche ich wieder mein gutes USB-Ostroskop vom letzten Mal. Jetzt muss ich wieder meine Maus rausziehen. Und das grob schon mal reinstecken. Jetzt kann das vielleicht noch ein bisschen nach unten drehen. So. Und jetzt brauchen wir wieder ein Kabel, um... Eine Quelle anzuschließen. Und die geht von der einen Seite der Spule. Das ist hier zu dem Widerstand rüber. Das ist irgendwo hier drüben. Ist jetzt in das Richtige reingesteckt. Ja. So. Und jetzt brauche ich wieder meine zwei Messkanäle. Also den gelben nehme ich jetzt für die Gesamtspannung. Die ich direkt... Mal. Und dann stelle ich fest, ich habe die Anschlüsse hier genau miteinander vertauscht. Den roten sollte ich lieber hier vorne an den Eingang schalten. Und den blauen an die Masse. So. Also. Dann messe ich hiermit jetzt einfach nochmal die Gesamtspannung. So sieht das ganz gut aus. Und dann habe ich noch ein zweites Kanal, ein zweites Kälbchen, das rote Kälbchen, mit dem messe ich jetzt nur die Spannung über der Induktivität oder sozusagen, also... Nee, eigentlich am Ende die Spannung über den Widerstand. Ja. Also wenn ich das jetzt nochmal vergleiche mit meiner Schaltung. Hier. Das ist mein Kanal A. Das ist mein Kanal B. Gesamtspannung, Teilspannung, Eingangsspannung, Ausgangsspannung. So sollte das jetzt funktionieren. So. Und... Also der Widerstand, den ich jetzt eingebaut habe, ist ein 10 Kilo Ohm Widerstand. R ist 10 Kilo Ohm und die Induktivität haben wir ja vorher gemessen. Das waren sowas wie 20 Millihenry. So. Wie kriege ich jetzt aus R und L irgendwie eine Frequenz raus von meinem Filter, ab der der Filter wie ein Tiefpassfilter wirken sollte? Ja. Also irgendwie will ich jetzt so ein Omega ausrechnen und ähm... Tja, also... L mal R, L durch R, R durch L. Also es gibt einen Tipp, R durch L. Ja, und dann können wir uns überlegen, das ist auch total sinnvoll, weil... Ohm kann ich ja auch schreiben als Volt durch Ampere. Henry kann ich schreiben als Volt Sekunde pro Ampere. Und wenn ich dann R durch L teile, kürzen sich die Volt und die Ampere weg und es bleibt 1 durch Sekunde über. Und das ist die Einheit von der Kreisfrequenz. Also mit ein bisschen Dimensionsanalyse kriegt man das hin. So, und dann können wir hier einsetzen, also 10 Kilo Ohm, ja, durch 20 Millihenry. So, Ohm und Henry haben wir gesagt, kürzen sich weg, bleibt sozusagen 1 durch Sekunde über. Und Kilo und Milli, tja, wird zu mega und das wird hier relativ hoch. Es werden jetzt, weil mein Widerstand so groß ist, werden es jetzt 500 mal 10 hoch 6, 1 durch Sekunde. Wenn wir das jetzt noch durch 2 Pi rechnen, um die Frequenz auszurechnen. Weiß nicht, kommen da immer noch irgendwie sowas wie 80 Kilohertz oder sowas raus. Muss ich mal gucken, ob ich jetzt überhaupt so hoch messen kann. Vielleicht müssen wir auch nochmal einen kleineren Widerstand nehmen. Aber irgendwie sowas im Dreh. Also das sollte ein Tiefpassfilter sein mit einer relativ hohen Grenzfrequenz, wenn ich mich da jetzt nicht verrechnet habe. So, jetzt brauchen wir wieder diesen Frequency Response Analyzer. Und rufen den mal auf. Und jetzt macht es auch wieder bing bing, weil hier der Scope gefunden wird. Naja, und jetzt wissen wir schon, da brauchen wir gar nicht so eine wahnsinnig hohe, wahnsinnig niedrige Startfrequenz einstellen. Also 100 Kilohertz. Ich gucke mal, ob ich hier noch eins weitermachen kann. Und ich nehme mal, weil das ja nicht so scharf sein wird, nur 50 oder 20 oder sowas Schritte pro Dekade. Und machen wir einfach Go. So, und dann sagt er, ich kann nur bis 100 Kilohertz messen, weil mehr kann mein Scope nicht. Mal gucken, ob wir da jetzt irgendwie was Sinnvolles sehen. Also das sollte jetzt am Ende, eigentlich sollte das jetzt mehr oder weniger konstant bleiben. Und dann sollte das am Ende so ein bisschen abklappen. So, und dann sieht man, das bleibt am Anfang gar nicht so konstant. Also es geht noch mal ein bisschen hoch. Woran liegt das jetzt wieder? Naja, die Spule hat wieder einen Widerstand. Ja, und aufgrund dieses Widerstandseinflusses, und dann sieht man das jetzt, aber, naja, am Ende wird es hier schon so 6 dB oder sowas, das eben runtergeht. Ja, okay, ja. So, ich gucke mal, ob ich das mal einmal hier kurz diesen Datensatz speichere. Also das wäre jetzt so ein Tiefpassfilter gebaut mit einer Induktivität. So, und jetzt können wir das ja nochmal mit einer Kapazität bauen. Also wenn ich jetzt mal das hier alles wieder abbaue von der Schaltung und wir nehmen einfach ein neues Steckbrettchen und bauen da mal eine... Ah, wir können ja hier aus der Wirkkiste mal hier noch irgendwelche Kapazitäten nehmen. Ich nehme jetzt mal hier die 10 Nano-Farad. So, und die muss ich jetzt ja in vertikaler Richtung reinbauen. Und, ähm, das hier müsste ein 1 Kiloohm Widerstand sein. Den baue ich jetzt so längs. So, dann kommt hier vorne wieder die Quelle dran. Hier kommt die Masse dran. Dann die beiden Sachen hier vorne muss ich jetzt noch miteinander verbinden. Ne, muss ich nicht. Aber ich muss meine... meinen Ausgang anschließen und den Eingang anschließen. So, so sollte das so ungefähr funktionieren. Ja, also jetzt Widerstand... Widerstand in Reihe Kondensator parallel. So wie hier. Ja. Sag mal nochmal laut. Genau. Genau, 500... Ja, das ist richtig. 500 mal 10 hoch 3. Ich habe also 0,5 mal 10 hoch 6 sollten es sein, ne? Ähm, ich habe hier schon wieder zu viele Zwischenschritte im Kopf gemacht. Ich mache mal so draus. Aber egal. Du hast auf jeden Fall recht. Das ist ja richtig. So, also jetzt sollten wir haben, R ist 1 Kiloohm, C ist 10 Nanofarad. So, was muss ich jetzt mit R und C rechnen, damit da irgendwas Sinnvolles bei rauskommt im Sinne einer Grenzfrequenz? 1 durch RC, richtig. Also wenn ich rechne, 1 durch RC, ähm, weil das hier sind ja Ampere-Sekunden pro Volt, dann kommt da auch, ähm, genau am Ende was mit Sekunde raus. Also 1 Kiloohm, 10 Nanofarad, so Farad macht Ampere-Sekunde pro Volt, Ampere und Volt und so kürzt sich mit dem Ohmweg, bleibt 1 durch Sekunde über. Ähm, Kilo mal Nano machen Mikro und 1 durch Mikro macht auch Mega, das macht 0,1 Mega, ne? Also hier kommt am Ende raus, Omega ist gleich 0,1 mal 10 hoch 6, 1 durch Sekunde. Und die Frequenz ist dann wieder entsprechend das durch 2 durch Pi. Also da sollte jetzt so eine ähnliche, ähm, Grenzfrequenz rauskommen, bisschen kleiner, ne? Also dieser, dieser Knick, wo das abknickt, der sollte jetzt weiter vorn sein und wir sollten diesen Puckel hier nicht sehen. Ähm, weil, ja, die Kapazität hat jetzt eben nicht so diesen Einfluss. So, äh, können wir mal gucken, was da passiert. Also als Gain kommt jetzt aber trotzdem irgendwie so eine Kurve mit so einem Puckel raus. Das wundert mich eigentlich so ein bisschen. Ich muss mal kurz schauen, ob hier alle meine, äh, Dings richtig eingestellt sind. Auf, auf, wie ist es, auf dem Zehntel, auf dem Zehntel eigentlich. Eigentlich sollte es hier zu passen, aber vielleicht ist das auch nur so ein kleiner Schmutz-Effekt hier in meiner Schaltung. Also sieht es auf jeden Fall besser aus, ne? Ähm, bleibt konstant, fällt ab, Tiefpass-Filter, so wie man sich das so vorstellt. So, und hier sieht man auch, Phase geht gegen minus 90, geht von 0 Grad ungefähr gegen minus 90 Grad. Passt im Prinzip auch ganz gut. So, jetzt können wir das ja mal nochmal spaßenshalber, ich speichere das mal nochmal kurz, das war jetzt irgendwie, äh, C. So, jetzt können wir mal die, die, die Gegenprobe machen, ähm, wenn ich jetzt die Position von dem Widerstand und von dem Kondensator tausche. Also ich baue jetzt den Widerstand so quer ein und ich baue die, die Kapazität so, so längs ein und schließe wieder meine Quelle genauso an wie vorher. Also hier unten an den Widerstand, hier an den Kondensator und dann messe ich hier am Ende die Ausgangsspannung und hier vorn die Eingangsspannung. So, was, was sollte jetzt passieren? Wie sollte jetzt diese Schaltung funktionieren? Was sollte die jetzt machen stattdessen? Sollte ein Hofpassfilter sein, richtig? Sollte sich dieses Verhalten einmal genau umdrehen, nochmal testen, ähm, starten. Ja, und jetzt sehen wir, jetzt kommt, also haben wir bei tiefen Frequenzen ziemlich viel Dämpfung, da ist auch einigermaßen Rauschen drauf hier auf der Phase. Ja, und die fängt jetzt eben bei 90 Grad an und dann haben wir genau bei dieser Knickfrequenz geht das eben in sowas Konstantes über. Also wunderschönes Hochpassverhalten und dann geht der Phasenwinkel eben so gegen Null. Ja, so, also das ist, was eben Tiefpass-Hochpassfilter so machen und was man dann eben technologisch irgendwie nutzen kann in Schaltungen für, ich möchte nur die, äh, tiefen Frequenzen durchlassen, ich möchte nur die hohen Frequenzen durchlassen, ich möchte nur bestimmte Frequenzen durchlassen, dann wäre es so ein Bandpass oder ich möchte nur, äh, bestimmte Frequenzen blocken, dann wäre es so eine Bandsperre. Ich meine, die Möglichkeiten hat man da. Ja, so, äh, Hochpass, jetzt, letztes Experiment dazu, zu diesen Filterschaltungen, also es gab ja nicht nur Filterschaltungen, was gab es noch irgendwie vor zwei Wochen, es gab noch Brückenschaltungen, richtig? So, und wie sieht jetzt so eine Brückenschaltung aus? Ich baue das hier mal alles ab. Äh, wo ist denn das andere Steckbrettchen hier? So, also, ich habe mal, wie John Pütz hier früher, was vorbereitet, ja? Also ich habe mal zwei Widerstände auf der einen Seite und einen Widerstand und jetzt packe ich noch genau die gleiche, äh, den gleichen Kondensator, den wir jetzt hier gerade hatten, auf die andere Seite. Und jetzt habe ich aus dem ja eine wunderbare Brückenschaltung gebaut. Zwei Widerstände auf der einen Seite, ein Widerstand und eine Kapazität auf der anderen Seite. Ähm, weiß jemand, wie diese Brückenschaltung heißt und was sie macht? Also zwei Widerstände auf der einen Seite, ein Widerstand und eine Kapazität auf der anderen Seite. Und damit das jetzt so funktioniert, muss ich das natürlich noch hier oben mal miteinander verbinden, die beiden Seiten. Und ich muss genauso unten noch, äh, die beiden Seiten miteinander verbinden. So, und hat jemand schon herausgefunden oder JGPT gefragt oder gegoogelt oder was auch immer, wie diese, wie diese Brückenschaltung heißt? Also ich mache mal hier, äh, nochmal ein, ein kurzes Foto davon. Und das ist eine sogenannte Hausradbrücke. Gibt es auch eine Übungsaufgabe zu? Ich habe jetzt nicht die Nummer im Kopf. Und was macht diese Hausradbrücke? Das kann man sich, äh, in der Übung, wenn man da Lust und Laune hat, mal sehr ausführlich zu anschauen. Die, die hat natürlich auch ein frequenzabhängiges Verhalten, weil der Kondensator ja frequenzabhängige Impedanz hat. Aber, äh, die hat kein, so ein Filterverhalten, sondern die dreht einfach die Phase. Und zwar, jetzt muss ich mal überlegen, was ich hier als Eingang und Ausgang nehme und ob ich das jetzt überhaupt so hinbekomme, wie ich mir das gedacht habe. Ähm, wahrscheinlich, stelle ich schon fest, so richtig geht das nicht, weil ich nicht die beiden, ähm, ähm, weil ich hier nicht, wie, nicht, nicht in Differenz messen kann. Mal gucken, ob ich das jetzt in der Software bekomme. Also ich habe jetzt die Quelle hier vorne angeschlossen, von, von, von oben nach unten, so in der Brücke. Ja, und habe, und messe jetzt die, mit den Tastköpfen die Spannung an der Brücke. Und eigentlich müsste ich jetzt, wenn ich die Brückenspannung rausbekommen will, eben diese Spannung rechnen, minus diese Spannung da drüben. Und da muss ich mal gucken, ob ich das in der Software jetzt, äh, genau. Also hier hat auch jemand geschrieben, H-Brücke. Ja, also jede Brücke, würde ich immer sagen, ist eine H-Brücke. Das ist, äh, im Speziellen eine Hausratbrücke. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wahrscheinlich habe ich mir das hier wieder zu einfach vorgestellt, ähm, weil ich kann nur Input-Channel, Output-Channel machen und ich kann hier, kann ich hier noch irgendwas, Signal-Generator-Settings, ne, viel mehr kann ich hier gar nicht machen. Aber wir, ich klicke mal einfach Go, äh, schiefgehen kann dabei eigentlich nichts. Wir gucken mal, was bei rauskommt. Also jetzt wird man trotzdem irgendwie so ein, ähm, Tiefpass-Verhalten sehen, weil ich eben hauptsächlich das messe. Ja, ich müsste jetzt eigentlich mal irgendwie an beiden messen, ne. Also die, das, die, die Messung, so wie ich mir das gedacht habe, funktioniert nicht, weil ich keinen Differenz-Taskopf habe oder weil ich hier nicht Differenz rechnen kann. Oder kann ich hier noch irgendwo Tools, kann ich hier rechnen, ne, ich kann irgendwie Calibrate, Signal-Generator-Settings, ne. Okay, na gut, ähm, vergessen wir das. Das funktioniert nicht. Also was man jetzt eigentlich hätte sehen sollen, ist, dass der Betrag sich nicht ändert, sondern nur der Phasenwinkel. Aber das funktioniert offensichtlich nicht, weil kein Ding ist. So, dann können wir zum Thema Vier-Pool-Theorie kommen. Und dazu habe ich eine kleine Umfrage. Gleicher Link wie vorhin, den muss ich jetzt mal hier irgendwie noch freigeben. Dazu ziehe ich mal wieder das Scope raus und stecke mal meine Maus rein, das ist irgendwie komfortabler. So, dann waren wir hier und jetzt, äh, gebe ich nur Inhalte ab, hier freigeben. So, jetzt sollte diese Frage bei euch aufploppen. Es gibt offensichtlich auch schon drei Antworten. Wobei, glaube ich, zwei noch von vorhin waren. Funktioniert das? Sehr gut. So, okay, es gibt schon fünf Antworten. Ich warte mal noch, mal gucken, ob wir zweistellig werden. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt Personen sind oder ob das, ob das schon Personen mal drei Antworten gerechnet sind. Ich warte mal trotzdem kurz noch ein paar Sekunden ab. Aber jetzt geht das hier sprunghaft hoch. Deswegen klicke ich mal Space. So, also, ähm, Vier-Pool-Theorie. Also, was hier relativ groß ist, ist Matrizen. Das werden wir auch gleich sehen. Also, wenn man mit Vier-Polen irgendwie sinnvoll rechnen will, muss man was mit Matrizen machen. Ein Vier-Pol ist auch ein Zwei-Tor. Eigentlich ist dieses Zwei-Tor auch der bessere Begriff, ja, weil so ein Vier-Pol hat immer ein Eingangstor und ein Ausgangstor. Und diese, diese Vier-Pole, die der Vier-Pol hat, sind ja nicht komplett eigenständig, sondern zwei davon sind immer zu einem Tor zusammengefasst. Ähm, genau. Also, sonst hat das nämlich irgendwie zu viele Pole. Es gibt Anschlussklemmen. Man kann sowas mit Kurzschluss und Leerlauf am Ende machen. Manchmal ist es vielleicht auch verwirrend. So, jemand war nicht da. Ähm, A, B, C, D-Parameter gibt's, ja, es, ja, kann man auch irgendwie so sagen. Es gibt A-Parameter. Es gibt, also, es gibt verschiedene Formen dieser Parameter. Okay, aber das, was jetzt am größten immer noch ist, ist Matrizenrechnung. Äh, das passt, glaube ich, ganz gut. Da kommen wir gleich drauf hin. So, also, kurze Erinnerung zur Vier-Pol-Theorie. Die letztendlich Folie einfach aus dem ersten Semester kopiert, ja. Also, wir nehmen eine Schaltung und wir fassen eine Schaltung so auf, dass die einen Eingang und Ausgang hat. Uns interessiert eigentlich nur das Verhalten von Eingang und Ausgang. Und wenn wir jetzt eine größere Schaltung haben, dann teilen wir die im Idealfall irgendwie so geschickt auf, dass es so mehrere Blöcke gibt, die mit Eingängen und Ausgängen miteinander verbunden sind. Ja, so, und dann von jedem diesem Block, von jeder dieser Teilschaltung bestimmen wir die Vier-Pol-Parameter. Das kann man rechnen, das kann man simulieren, das kann man messen. Irgendwie muss man diese Vier-Pol-Parameter bekommen. Ja, und dann kann man diese Blöcke, die man hat, zusammenschalten. Je nach Zusammenschaltung braucht man unterschiedliche Formen der Vier-Pol-Parameter. Und was dann bei der Rechnung nützlich ist, das ist auch interessanterweise das, was am größten da auftauchte in der Wortwolke, obwohl ich gar nicht, das hätte ich gar nicht so erwartet, ist eben Matrizenrechnung. Ja, und dann kann man, also dann hat man seine Gesamtschaltung. Und dann kann man irgendwie seine Quellen anschließen am Anfang und am Ende oder wo auch immer und kann dann die anderen gesuchten Größen ausrechnen. Strom und Spannung, was auch immer man da so, was einen da interessiert. So, das ist so die Idee, wie viel Poliotheorie geht. Jetzt wurden auch schon diese verschiedenen Parameter angesprochen. Und um diese Parameter irgendwie konkret zu definieren, müssen wir mal sagen, ja, also wir haben Vier-Pol, der hat seine Vier-Pole, der hat Zwei-Pole am Eingang zusammengefasst zu dem Eingangstor, hat Zwei-Pole am Ausgang zusammengefasst zu dem Ausgangstor und ist eben dieses Zwei-Tor. Und in der Definition in Magdeburg und auch im deutschsprachigen Raum üblich zeigt die Spannung, zeigen die Spannung beide nach unten. Der Strom am Eingang fließt rein, der Strom am Ausgang fließt raus. Wenn man in viele ältere Bücher guckt, zeigen die Spannung auch ganz gerne mal nach oben. Wenn man in angloamerikanische Bücher guckt, ist es oft so, dass der Strom an allen Toren reinfließt und nicht raus oder nicht rein und raus, sondern überall reinfließt. Ja, dann kommen ein bisschen andere Parameter raus. Insbesondere mit anderen Vorzeichen muss man ein bisschen aufpassen, was da passiert. Also es ist nicht verkehrt, sich das mal einmal fest zu definieren. So, und dann kann man zum Beispiel das, was wir im ersten Semester Leitwertparameter genannt haben, würden wir jetzt Y- oder Admittanzparameter nennen, sich so definieren, ich habe die Spannung am Eingang und Ausgang, die sind über diese Y-Parameter verknüpft oder ergeben dann die Ströme. Ja, und dann kann man diese diskreten Gleichungen eben auch in Matrixform aufschreiben, wie eben schon diskutiert. Und dann kommt da sowas wie das Ohmsche Gesetz in Matrixform raus, I ist Y mal I. So. Ja, und das macht das natürlich sehr schön, das irgendwie so kompakt aufzuschreiben, weil das dann schön übersichtlich ist. So, jetzt kann man sich mal zuerst fragen, ach so, was, 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 ja, dann haben diese Y-Parameter eben auch irgendwie eine Bedeutung, also, das Y11 ergibt sich dann eben so, wenn ich die bestimmen will, kann ich immer eins davon, also das, wo nicht die Bedingung ist, das kann ich als Ursache, als Quelle auffassen, das andere rechne ich dann einfach aus, dazu braucht man Strom- und Spannungsteilregel zum Beispiel, Gesamtwiderstand, so die Kirchhoffschen Gleichungen, und dann entspricht zum Beispiel dieser Y11-Parameter sowas wie einer Kurzschluss-Eingangs-Admittanz. Das werden wir nachher noch messen, ne, und die anderen haben auch Übertragungs-Admittanzen, kann man da, weiß ich, Vorwärts-Steilheit, weiß nicht, ob das, ähm, ja, der, der Vierpol geht steil, weiß nicht, ob man das so, äh, sagen kann. Also, man kann sich in denen irgendwie eine Bedeutung, denen beimessen, am Ende sind das aber einfach Zahlen mit einer Einheit, die jetzt diesen Vierpol beschreiben, ne, und die haben so eine gewisse physikalische Bedeutung natürlich auch im Hintergrund. So, jetzt ist noch mal so eine kleine Frage, ähm, was ist denn jetzt, wozu braucht man jetzt diese Y-Parameter, beziehungsweise Admittanz-Parameter, welche Anwendung haben die, was kann man mit denen schön machen? Und dazu sollte es jetzt wieder eine Frage geben, die auch hier irgendwo auftaucht, wahrscheinlich, wenn ich auf Weiter klicke, genau. So, welche Vorteile, beziehungsweise welche Anwendung haben die Y-Parameter, beziehungsweise Admittanz-Parameter eines Vierpols? So, es gibt schon sechs Antworten. Und ich warte mal ab, bis wir wieder so ungefähr zweistellig werden. Aber es bleibt interessanterweise bei sechs Antworten, nein, jetzt haben wir sieben Antworten. Also man kann natürlich auch erstmal einen kleinen Moment über diese Frage nachdenken. Und dann sind es auch schon acht Antworten, wenn man dann nachgedacht hat und sich für eine und oder mehrere Antwortmöglichkeiten, ich weiß gar nicht, ob ich hier mehrere angezickt habe. Kann man eine auswählen oder mehrere? Nur eine. Hm, tödüm. Aber ist egal. Ja, ja, so, okay. Also zehn. Ähm. So, also, äh, ja, ungefähr gleich verteilt haben Leute gesagt, man kann damit vier Pole einfach in Reihe schalten, man kann vier Pole parallel schalten und als Kette hinterher schalten und, ähm, ziemlich viele Leute haben gesagt, man kann bei gegebenen Spannungen die Ströme ausrechnen. Und, also, das ist auch definitiv eine richtige Antwort. Und, ähm, tja, also bei den Antwortmöglichkeiten hier vorn, ähm, sieht's jetzt so aus, wie alle einfach nur geraten haben und sich dann dummerweise auch noch für die falsche Antwort entschieden haben. Ähm, also, ja, ohne als viel zu spoilern bei der Antwort, ich weiß nicht, ich mach mal, ich mach mal, Trick 17 krieg ich das jetzt hier hin, ähm, Escape, GTI Plenum, Frage bearbeiten, ich mach mal mehrfach Auswahl erlauben und mach mal speichern und mach mal, ähm, neue Runde starten. Willst du wirklich eine neue Runde starten? Ja, so. Und, also, jetzt, ähm, also, diskutiert mal bitte kurz mit eurer, nee, nee, tippt mal jetzt noch nichts. Also, das ist ja, das ist ja albern. So, also, ähm, diskutiert mal kurz mit eurem Nachbarn, ja, versucht mal jeweils euren Nachbarn davon zu überzeugen, warum ihr denkt, dass eure Antwort die richtige Antwort ist und dass die Antwort des Nachbarn falsch ist und wir, wir quizzen einfach nochmal danach neu, ne? Also, es geht jetzt hauptsächlich um die ersten drei Antwortmöglichkeiten, die da lauten, ähm, wozu sind die 17. Parameter sinnvoll? Also, man kann damit vier Pole einfach in Reihe schalten, man kann damit vier Pole einfach parallel schalten oder man kann damit einfach vier Pole als Kette hintereinander schalten. So, und eine Antwort haben wir auf jeden Fall schon mal, aber ihr könnt erst mal kurz diskutieren und dann vielleicht eine weniger als geratene Antwort abgeben. So, und dann sind es schon drei Antworten. So, und dann? So, jetzt haben wir 5. Ein bisschen muss ich mich noch gedulden. So, und ich kann ja nebenbei schon mal auch so ein bisschen diskutieren, was ich jetzt so diskutieren würde. Die meisten haben sich jetzt irgendwie schon entschieden. Also, wenn man 4 Pole in Reihe schaltet, was heißt immer Reihenschaltung? In einer Reihenschaltung ist der Strom gleich. Und da werden die Spannungen addiert. Wenn ich parallel schalte, in einer Parallelschaltung ist die Spannung gleich und man addiert die Ströme. Ja, und Kettenschaltung ist ja was, was sonst irgendwie so nicht funktioniert. Da schalte ich das, was bei dem einen der Eingang ist, schalte ich bei dem anderen an den Ausgang und umgekehrt. Also, ich schalte eben hintereinander in Form einer Kette. So, jetzt kann man sich überlegen, wenn ich jetzt die 4 Pole Gleichung so habe, wie sie hier stehen. Ja, und ich schalte jetzt, ich addiere jetzt Ströme. Ich würde Ströme addieren. Also, ich würde irgendwie I von dem einen 4 Pole plus I von dem anderen 4 Pole rechnen. Bei gleichen Spannungen, ja, auf der Seite addiere ich Ströme, auf der Seite addiere ich die anderen Terme, weil es eine Parallelschaltung ist, sind die Spannungen gleich, kann ich die Spannungen ausklammern. Dann addiere ich auf der Seite die Y-Parameter-Matrizen. So, und das ist genau bei einer Parallelschaltung der Fall. Also, die Y-Parameter sind dann toll, wenn man 4 Pole parallel schaltet. Das ist die richtige Antwort. So, mal gucken, ob das jetzt auch, ob die Diskussionsrunde jetzt was gebracht hat. Ja, ja. Seht ihr, ihr braucht mich gar nicht. Ihr könnt euch das doch einfach gegenseitig erklären. Das ist umgehamtlich, von dem bringt eigentlich gar nichts. So, also, man kann damit 4 Pole super parallel schalten, weil die Formeln eben genauso sind, wie sie da so sind. Ja, so. Und das haben wir diskutiert. Jetzt kann man sich eben noch andere Sachen überlegen, ja, zum Beispiel A-Parameter. Also, bei den A-Parameter ist das so, ich habe immer, oh, das ist ein Tippfehler, hier sollte eine 2 stehen, ne. Ich habe immer die Größen am, ich mache mal hier hin, also ich habe immer die Größen am Ausgang und die verknüpfe ich mit den Größen am Eingang. Und, oh, warte mal, das ist jetzt, da denke ich nachher wieder nicht dran. Da machen wir jetzt hier mal gleich die Live-Korrektur im Tech-Quell-Text. So, also hier, wo U1 steht, muss U2, ne, warte mal, das ist, ne, ne, warte mal. Ah, Wiederholung der A-Parameter, ist ja alles falsch, ne. Oben muss da auch Kettenparameter stehen. Also hier ist mehrere Copy- und Paste-Fehler irgendwie drin. So, also U1, I1 ergibt sich aus U2 und I2 und U2 und I2. So, so sollte das irgendwie funktionieren. So, lassen wir mal neu durchlaufen, gucken, ob das irgendwie so funktioniert. Ja, also die Größen am Ausgang, U2 und I2 und U2 und I2, ähm, ergeben die Größen am Eingang verknüpft über diese, also so ist das jetzt hier richtig, ne, da oben steht auch Kettenparameter. Ja, auf der nächsten Folie ist interessanterweise auch korrekt. So, und die haben, ja, also wenn ich Spannung mit Spannung verdingse, hier ist das irgendwie auch noch, hier ist auch noch irgendwie ein Bug drin, hier muss doch irgendwo U2 stehen. Also können wir mal gucken, A1 ist U1 durch U2 unter der Bedingung, dass I2 Null ist. Ja, also hier ist auch noch irgendwo ein Fehlerchen drin auf der nächsten Seite. Äh, U1 durch U2. Also Live-Fehlerkorrektur. Ja, und dann ist das sowas wie eine, wenn kein Strom am Ausgang fließt, haben wir einen Leerlauf, eine Leerlauf-Spannungsübersetzung und weil hier nicht Ausgang durch Eingang steht, sondern Eingang durch Ausgang, würde man das vielleicht reziproke Leerlauf-Spannungsübersetzung nennen. Und genauso kommt da auch so eine Stromübersetzung raus und so Sachen. So, und dann gibt es noch eine nächste kleine Quizfrage. Äh, die müsste jetzt hier sein, nämlich, welche Vorteile, beziehungsweise welche Anwendung haben die A-Parameter, beziehungsweise Kettenparameter eines Vierpools? Und da müsste man jetzt mehrere Sachen anklicken können, stimmt's? Das ist sehr gut. Womit aber nicht gesagt ist, wie viele von den Antwortmöglichkeiten richtig sind. Äh, das gab übrigens früher mal große Diskussionen in der Corona-Zeit bei Multiple-Choice, also echten Multiple-Choice-E-Prüfungen, dass man, ja, eigentlich als Student, Studentin sich nicht sehen soll bei einer MC-Frage, wie viele von den Antwortmöglichkeiten richtig sind, weil das natürlich wieder so ein bisschen Ratewahrscheinlichkeit erhöht. Ähm, aber, naja, wenn man mehrere richtige Antwortmöglichkeiten hat, will man vielleicht auch mehrere Punkte geben auf die Aufgabe und wenn man dann sieht, okay, die Aufgabe hat zwei Punkte, dann gibt es wahrscheinlich auch zwei richtige Antwortmöglichkeiten, das ist also ein bisschen schwierig. So, ich klicke mal auf Space. So, und dann sehen wir, okay, also, naja, Kettenparameter heißen wahrscheinlich Kettenparameter, weil man die Vierpole damit gut als Kette hintereinander schalten kann. Ähm, und, also, Antwortmöglichkeit C ist auf jeden Fall richtig. Ja, ähm, B kann man so ein bisschen mit Quiz-Weiseness ausschließen, weil das war ja vorher schon richtig und um Vierpole einfach in Reihe zu schalten, braucht man Widerstandsparameter oder Impedanzparameter, Z-Parameter, ja, weil da werden ja bei gleichen Strömen Spannung addiert. So, und, ähm, also, bei gegebenen Spannung Ströme ausrechnen, das wären auch Z-Parameter, bei Spannung Ströme ausrechnen, das wären wieder die Impedanzparameter. Also, Antwortmöglichkeit F ist die richtige, ne, Ausgangsgrößen werden mit Eingangsgrößen verknüpft. Das ist ja genau das, was die Gleichung hier macht. Ich kenne die Größen am Ausgang, verrechne ich mit den A-Parameter und komme die Größen am Eingang raus. Das ist genau das, was hier passiert. So, naja, ähm, es gibt tatsächlich, ich habe mal irgendwie meine ganzen Videos durchsucht, es gibt gar nicht so wahnsinnig viele Videos zum Wechselspannungsvierpol, das ist so das Einzige, was ich gefunden habe, wo auch so eine RC-RC-Schaltung irgendwie ist, mit einmal parallel und einmal in Reihe. Und man soll ein Spannungsübertragungsverhältnis ausrechnen. Das kann man so natürlich mit Spannungsteilerregeln machen, kann das aber auch ein bisschen als ein Vierpol auffassen. So, und, ähm, jetzt noch für ein kleines Beispiel und für eine kleine Aufgabe, ähm, können wir uns mal überlegen, wie lauten denn die Admittanz-Parameter dieses dargestellten Vierpols. Und ich suche mal eine Software raus, wie heißt denn die, Open Board, mit dem ich jetzt einfach über meine Folien schreiben kann. und mache mal Desktop-Anzeigen, ich nehme mal, ich nehme mal schwarz und mache mal Desktop-Anzeigen, genau, so sollte das eigentlich funktionieren. Ups, ich klicke. So, ähm, wenn ich von dem Vierpol Admittanz-Parameter bestimmen will, wie könnte ich das machen? Ja. Was, was verknüpfen die Admittanz-Parameter miteinander? Also wenn ich jetzt hier wieder so eine, ups, schön, 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 es malt nicht. So, jetzt malt es vielleicht. Also wenn ich jetzt hier so Gleichung hinschreibe, äh, hier steht, pss, ich muss das Ding drehen. Ah, äh, äh. So, also wenn ich hier jetzt so einen Vektor hinschreibe auf die Seite und hier die Matrix mit den Parametern und hier den anderen Vektor hinschreibe. Ja, also hier in dem Vektor, äh, stehen jetzt meine Y-Parameter drin, die will ich ja bestimmen, Y-1-1, Y-1-2, Y-2-1, Y-2-2. Was steht hier? Was steht hier? Genau, rechts muss die Spannung stehen, also U1 und U2 und hier stehen die Ströme, weil I ist Y mal U, ja. Ja, so, und jetzt heißt, also eigentlich müsste ich mir jetzt irgendwie nur sowas aufschreiben, wie, ähm, naja, woraus ergibt denn sich vielleicht der Strom hier und woraus ergibt denn sich der Strom hier. Und wenn ich das mal mache, einfach so mit Gleichung, Also, wie hängt denn der Strom mit dieser Spannung hier zusammen? Naja, einfach, äh, Y mal U, ja. So, und wie hängt diese Spannung mit diesen beiden Spannungen zusammen? Also, hier kann ich hinschreiben, das ist Y mal U und wie hängt diese Spannung mit diesen beiden Spannungen zusammen? Einfach Maschensatz, ja, also U1 minus U2. So, und wenn ich das jetzt mal hier sozusagen so aufschreibe und sage, also I1 ist, ähm, Y mal U1 minus U2 und das gleiche kann ich auch für I2 aufschreiben und schreibe das mal so ein bisschen um, dann steht da also Y mal U1 minus Y mal U2 und dann sieht man, also der Parameter hier ist Y, der Parameter ist minus Y und für die, ähm, ja, für die zweite Gleichung ergibt sich da genau das gleiche Verhalten. Ja, also wenn ich hier das jetzt mal, ähm, wie komme ich da jetzt wieder raus aus der Nummer? So, also wenn ich das da so mache, kommen da genau diese Y-Parameter raus. So, Prinzip, relativ genauso kann ich mir das auch bei der Geschichte überlegen. Wenn ich hier wieder in den, ich male über meinem Desktop drüber Modus gehe und, äh, wo ist mein Stift? Da ist mein Stift. Achso, jetzt hat er das wieder eingeblendet. Kriege ich hier in den Spaß gelöscht? Hm. So, also wenn ich das jetzt mal bei der Schaltung so mache, ähm, was, was verknüpfen die Impedanz-Parameter miteinander? Was steht auf der linken Seite der Gleichung? Spannung, ja, also hier steht eine Spannung als Vektor, hier stehen die Z-Parameter als Matrix und hier steht ein I. So, und das heißt, ich muss irgendwie so Gleichungen hinschreiben mit einem U. So, wie hängt denn, tja, diese Spannung irgendwie mit den Strömen zusammen oder, ähm, wie hängt die Spannung mit diesem Strom hier zusammen? Also, wenn ich den Strom mal I nenne, dann ist die Spannung einfach, einfach Z mal I, richtig? So, und wie hängt dieser Strom mit den beiden Strömen zusammen? Ist auch wieder einfach die Differenz I1 minus I2. Ja, der Strom, der reinfließt, minus der Strom, der hier hinten wegfließt. So, jetzt kann ich den Strom hier einsetzen und kann das eben so aufschreiben, U1 ist, ähm, also Z mal I1 minus Z mal I2, wenn ich das gleich so ausklammere. So, und dann kommt eben raus, das wäre jetzt genau der Z11-Parameter, das wäre der Z12-Parameter. Und genauso kann ich das für die zweite Gleichung machen. Ähm, und dann kommen da, genau diese Z-Parameter dabei raus. Z und Z und minus Z und minus Z. So, jetzt können wir uns genau diese gleichen vier Pole nochmal anschauen. Ähm, bloß jetzt aber mit Kettenparametern. So, und die Kettenparameter hatten wir ja gerade. Die verknüpfen wir jetzt, äh, es ist ja wirklich, ach so. Ähm. Jetzt gehe nochmal hier hin. Ähm. So, also irgendwie muss ich hier mal noch eine Taste finden, mit der ich das alles auf einmal löschen kann. So, wenn ich jetzt, ähm, das mal hier mir bei dieser Schaltung anschaue, Kettenparameter des dargestellten vier Pols. Also, was verknüpfen die Kettenparameter miteinander? Die machen ja sowas wie U1 und I1 am Eingang. Ergibt sich aus, irgendwie was mit U2 und I2 am Ausgang. So, und jetzt kann ich gucken, also, die Spannung am Eingang. Ähm. Wenn ich den Maschensatz aufstelle, ist das ja sowas wie die Spannung am Ausgang. Richtig. Einmal die Spannung am Ausgang plus die Spannung, die hier abfällt. Und die Spannung, die hier abfällt, ergibt sich aus, Ja, aber dann hätte ich ja wieder was mit U1 und U2. Also, wie kriege ich hier, ich brauche ja was vom Strom. Wie kann ich aus dem, aus dem Strom diese Spannung ausrechnen? Genau, einfach Z mal I2. Das ist die Spannung hier. Also, hier steht ein Z. So, der Strom am Eingang hat überhaupt nichts mit den Spannungen zu tun. Hier steht ein 0 und der Strom am Eingang ist einfach so groß wie der Strom am Ausgang. Steht da eine 1. So, und das heißt, für den, ähm, für diesen Serienimpedanz 4-Pol kommen einfach genau diese A-Parameter bei raus. Also, da steht eine 1 auf der Hauptdiagonale, eine 0 und eine Z. Ja, so. Und genau so kann man das jetzt auch noch für den, ähm, quer 4-Pol machen. Also, wenn ich nochmal eine Folie weitergehe und das so aufschreibe, ja, jetzt habe ich auch wieder Spannung am Eingang, Strom am Eingang ergibt sich aus Strom am, äh, Spannung am Ausgang, Strom am Ausgang, Spannung am Ausgang, Strom am Ausgang mit einem Plus. So, jetzt kann ich gucken bei den Spannungen. Spannung am Eingang vollkommen unabhängig von den Strömen, hier ist einfach Spannung am Ausgang. Richtig? Also, es steht hier eine 1, hängt nicht von den Strömen ab. So, und der Strom am Eingang, jetzt haben wir wie so einen Knotensatz hier an dem Knoten, also Strom am Eingang muss so groß sein wie Strom am Ausgang plus der Strom, der hier lang fließt. So, und der Strom, der hier lang fließt, ist Hallo? Ja, einfach weitermachen. Ja, so, der Strom, der hier lang fließt, ist, ist was? Wie, wie groß kann ich, wie kann ich den ausrechnen? Ja, genau, aber I1 plus I2, dann habe ich ja wieder die Ströme. Ich, ich muss jetzt das irgendwie hier von der Spannung abhängig machen, die da steht. Also, einfach Y mal U2 oder, ja, also hier die Spannung am Ausgang. Also, es steht hier ein Y, ja. So, und das heißt wieder, die Zahlen, die hier vorstehen, das sind meine 4-Pult-Parameter, wenn ich jetzt wieder auf den Mausfeld klicke, kann ich in meinen Folien weiterschalten, dann kommt da genau diese A-Matrix raus. So, und das heißt, das ist die A-Matrix von so einem 4-Pol mit Paralleladmittanz. Ja? So, und, also, die, die, das, das Förmelchen hier, jetzt gehe ich mal wieder raus aus der Nummer. Ähm, also, diese Matrix und diese Matrix, die kann man auch mal im Kopf haben, weil die einfach total praktisch sind, um damit zu rechnen. So, dann steht noch im Buch, die, die muss man zumindest wissen, wo sie stehen, oder im Internet findet man die auch, so Umrechentabellen, womit man gegebenen, in gesuchten 4-Pol-Parameter umrechnen kann. Hier ist das nochmal für die Y und H-Parameter. Und dann sieht man matrizenrechnungsmäßig, da tauchen so Determinanten auf und die Determinanten muss man auch irgendwie ausrechnen können. Also gibt es nochmal eine Tabelle zur, für die Berechnung der Determinanten oder eben die entsprechende Umrechnung der Determinanten. So, und damit können wir jetzt mal so ein kleines Beispiel machen. Ähm, also wir rechnen mal, wir wollen mal die Kettenparameter und sozusagen die Leitwert ist vielleicht auch ein bisschen falsch hingeschrieben, sollten vielleicht eher Admittanz und Impedanz, aber Admittanz und Impedanz Parameter dieses 4-Pols sein. Bei einer Frequenz von 10 Kilohertz, wir haben 100 Nano-Farad als Kapazität und wir haben 1 mH als Induktivität. So, wie machen wir das jetzt geschickt? Jemand eine Idee? Warum hakelt denn meine Maussitzung? So, oder mein Rechner legt? Was wäre jetzt so eine schlanke Lösungsvariante? Also eine Idee wäre, wir machen genau das, was wir jetzt gerade genutzt haben. Wir sagen, das ist so ein Längs-4-Pol, das ist so ein Quer-4-Pol, das ist so ein Längs-4-Pol. Ich schreibe mir hiervon die A-Parameter auf, hiervon die A-Parameter, hiervon die A-Parameter und dann mache ich einfach Kettenschaltungen, multipliziere die miteinander, kriege ich die A-Parameter von dem Gesamtteil raus und wenn ich die A-Parameter von dem Gesamtteil habe, kann ich einfach die Tabellen, die wir vorher hatten und kann die in Leitwert und Impedanz-Parameter umwandeln. Ja, so und also mit Blick auf die Zeit sage ich jetzt mal auch hier John-Pritz-mäßig, ich habe hier mal was vorbereitet, ich kopiere das jetzt einfach mal. Ja, also wir haben eine Kapazität, wir haben eine Induktivität, wir haben eine Frequenz, wir haben eine Kreisfrequenz. Können wir mal so rechnen? So, ah, und dann stelle ich fest, hier ist auch noch irgendwie eine falsche Frequenz eingetragen, das wird nicht so funktionieren. also 10 hoch 3 Kilohertz sollten das sein und dann kommt da ein Omega bei raus, was irgendwie so groß ist. Ja, so, ähm, dann können wir die A-Parameter von dem C-Teil aufschreiben, die A-Parameter von dem L-Teil aufschreiben, das sind jetzt genau die Sachen, die wir vorher hatten. na, also 1, dann steht da die Impedanz 0 und 1, 1 und 0, die Admittanz von der Induktivität, Dings, dann multiplizieren wir die einfach hinteneinander, A-C mal, A-L mal A-C und nehmen jetzt die Formel aus der Tabelle, um A-Parameter und Y-Parameter umzurechnen. Und, ähm, also ich kopiere das jetzt mal und dann können wir nochmal gucken, ob die, ob die Formel die richtige Formel ist. Also da muss auf jeden Fall muss ich nochmal irgendwie gleich ein 10 Kilohertz korrigieren, damit das passt. So, ja, ich drücke mal auf Enter. So, und dann kommen da schon mal irgendwie Y-Parameter raus. Und jetzt gehe ich mal zurück auf die Folien und suche nochmal in die Tabelle raus. Also hier waren A-Parameter in Y-Parameter umgerechnet. Jetzt können wir ja gucken, ob das so ansatzweise die richtige Formel ist. Ähm, also 1 durch A12 steht da immer im Nenner und dann steht da A22 minus die Determinante von A eine 1 und minus A11. Also das passt. So, dann kommen da jetzt die Y-Parameter raus. und jetzt haben wir schon mal Y-Parameter bestimmt. Jetzt können wir noch genauso mit einer anderen Umrechnungsformel Z-Parameter ausrechnen und können mal die praktisch in sowas wie so eine Leerlauf-Eingangsausgangs- Eingangsausgang-Kurzschluss- Leerlauf-Impedanz umrechnen oder einfach uns ausgeben lassen, weil das ist das, was da praktisch rauskommen sollte. Ja, ähm, also in in oben wiederum. So, und das kopiere ich mal jetzt auch noch ab. Füge das mal ins Oktav ein. Oh, irgendwie hat das nicht kopiert. so, Steuerung C, Steuerung V, irgendwie will das nicht. Warum kann ich denn hier nicht kopieren? Da muss ich aus dem Quelltext kopieren. So, kopieren wir von hier, das sollte auf jeden Fall funktionieren. kann nicht sein. mich durch, das Gefühl, meine Tastatur ist abgestürzt oder Oktav ist abgestürzt. Aber es funktioniert einfach keine Tasten mehr. Aber das Touchpad funktioniert noch. Na gut, egal. Irgendwas ist immer. So, zum Glück habe ich John Pritz mäßig. Kennt noch jemand John Pritz früher von der Hobbitek? All bloody too young. Also, der hat immer so eine schöne Sendung gehabt im Fernsehen, wo er irgendwas gebastelt hat und dann kam immer der entscheidende Spruch an der Stelle. Der hat so einen schönen Kölschendialekt, den ich nicht nachmachen kann. Der hat immer gesagt, ich habe das schon mal vorbereitet. Also, zum Glück habe ich das schon mal vorbereitet. Also, wenn man das macht mit den Werten, sollte da das rauskommen. Ja, äh, also, diese, diese Impedanzen für Eingang und Ausgang. So, und jetzt, können wir ja mal versuchen, das noch mal irgendwie nachzubasteln und nachzustellen. So, dafür brauche ich mal gucken, ob das jetzt wenigstens funktioniert. Ja, das funktioniert. Also, offensichtlich ist nur mein Octave abgestürzt. Also, meine Kamera, äh, das Scope baue ich mal ab. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Das mal hier irgendwie zur Seite mit der ganzen Kabellage. und brauche jetzt nochmal hier schön meinen RLC-Meter, mache das nochmal an und das war ja zum Glück schon auf 10 Kilohertz eingestellt. Ja, so, und jetzt brauche ich nochmal ein neues, äh, Steckbrettchen. Das packe ich hier hin und jetzt muss ich mal diese Schaltung bauen, die wir jetzt hatten. Ja, die Schaltung sah so aus, dass da zwei Cs waren und ein L. So, und jetzt muss ich hier auch so ein bisschen tricksen, ähm, also ein ja, das L äh, nehme ich hier wieder aus der Packung, äh, da sieht man ein Millie-Henry, das muss das sein, wo eine 102 draufsteht. 102 ist, äh, diese eine Induktivität hier und die Beinchen sind jetzt dummerweise so kurz, dass ich die hier nicht über diese Brücke geschlossen bekomme, also muss ich die irgendwie so anschließen, ja, so, also, eigentlich muss ich jetzt mir meinen Vierpol irgendwie so rum vorstellen. So, und jetzt brauche ich noch, äh, zwei Kapazitäten mit jeweils 100 Nanofarad, die habe ich hier auf dem anderen Steckbrettchen, das ist dieser kleine winzige hier und dieser hier, ja, und die muss ich jetzt irgendwie so anschließen, dass ich sozusagen zur einen Seite komme und zur anderen Seite komme, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier überhaupt auf diesem Steckbrett hier vernünftig hingebaut, äh, bekomme, naja, scheinlich nicht. Also, ich muss ja einmal zur einen Seite nach oben, ähm, und jetzt muss ich mir das mal hier mit einem, mit einem Kabel einfach auf die andere Seite bauen, einmal hier die Lücke überspringen und jetzt habe ich den auf der anderen Seite. So, also das ist jetzt mein, mein Vierpol, ähm, Kondensator, Spule und nochmal Kondensator zur anderen Seite. Haben jetzt ein bisschen unterschiedliche Richtungen, aber anders geht das nicht mit dem Steckbrettchen. so, und, ähm, jetzt sagt uns die, die Theorie, ja, wenn ich das jetzt mal so vergleiche, was hier auf der Full steht, also, wenn ich jetzt am Eingang die Impedanz messe, mit Leerlauf am Ausgang, dann sollten da minus, äh, irgendwie 96 Ohm rauskommen, minus J, das heißt 90 Grad Phasenwinkel, ja, so, und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das eben hinbekomme. Also erstmal müsste ich vielleicht an dem Messgerät mal einstellen bei Setup, dass ich jetzt hier, ähm, also, das ist jetzt wieder auf, auf eine Kapazität eingestellt und da steht es wieder auf 1 Kilohertz, das muss ich nochmal umstellen. Also ich klicke mal auf More, More, ähm, und dann sehe ich hier oben, hier habe ich jetzt so ein einigermaßen sinnvollen Messmodus, wo ich Impedanz und Phasenwinkel bestimmen kann, ja, und jetzt sieht man hier noch, ähm, so super scharf stellt es die Kamera nicht, aber hier steht 1 Kilohertz, gehe ich mal auf die Frequenz und mache mal Increase, Increase, 2 Kilohertz, sind wir bei 10 Kilohertz, ja, so, dann gehe ich wieder auf Measure und jetzt sehen wir, wir sehen Betrag und Phasenwinkel einer Impedanz bei 10 Kilohertz gemessen und das will ich jetzt eben bestimmen am Eingang dieses 4-Pols und wenn das mit meiner Rechnung übereinstimmt, dann sollten da jetzt, äh, korrekterweise 96, irgendwas rauskommen mit minus J, mit minus 90 Grad Phasenwinkel, so, gucken wir mal, ob das so funktioniert, ähm, passt ganz gut, ja, also sind nicht minus 96, sondern 100 irgendwas und 1,5 Radiant sind es da unten, sind ja sowas wie minus 90 Grad, ja, passt eigentlich erschreckend gut, so, jetzt kann man sich vorstellen, naja, wenn ich das jetzt am Ausgang machen werde, bei dieser symmetrischen Schaltung, ja, da wird genau das gleiche passieren, das passe ich jetzt nicht an, so, jetzt kann man sich nur überlegen, wenn ich jetzt den Ausgang kurz schließe und wieder am Eingang die Impedanzmesse, dann sollte die sich irgendwie ändern, das sagen uns auch die Vierpol-Parameter, dann sollte da was Kleineres rauskommen, immer noch mit einem negativen Phasenwinkel, so, können wir mal ausprobieren, also ich lasse das mal gleich in diesem Messmodus, jetzt brauche ich noch einen, fragen mich auch schon wieder, wo meine ganzen Kabel hier ab sind, achso, die stecken noch an der anderen Schaltung, ähm, jetzt nehme ich noch ein Kabel, man kann immer nie genug Kabel haben, stellt man fest, und mit dem Kabel schließe ich jetzt den Ausgang kurz, also muss ich gucken, wo ich das hier mache, das ist sozusagen der Eingang und das ist ja hier oben mein Ausgang, so, und wenn ich die jetzt miteinander kurz schließe, dann sollten jetzt eigentlich minus 54 oder so rauskommen, kommen ein bisschen mehr raus auch wieder, aber man sieht, dass sich das auf jeden Fall geändert hat, ja, so, also, passt, so mehr oder weniger, so, und jetzt kann man, äh, das Spiel noch so ein bisschen weiter treiben, also Experiment haben wir jetzt gemacht, ja, und kann sich überlegen, also wenn ich jetzt da nicht nur Leerlauf und Kurzschluss am Ende anschließe, sondern irgendwie eine beliebige Lastimpedanz, einen beliebigen Lastwiderstand, den nenne ich mal ZL, dann sind zum Beispiel diese Kettenparameter Form der Vierpolmatrizen auch irgendwie recht toll, weil dann kann ich da einfach immer für das, also hier ist auch wieder der Copy und Pastefehler drin, ähm, änder, änder, änder ich jetzt nicht, muss ich mal, ich muss mir, also, noch ein paar Sachen korrigieren, bevor ich die Folien verschicke, na, also, hier steht eigentlich ein U2, hier steht eigentlich ein U2, wenn ich das in das U2 jetzt ZL mal I2 einsetze, dann kann ich das schön durcheinander kürzen, die gleiche, und dann kommt als Eingangsimpedanz, also als Verhältnis von Eingangsspannung und Eingangsstrom, kommt genau das raus, also dieser Term, und der ist irgendwie ganz interessant, ne, weil da stecken diese A-Parameter drin und da steckt die Last drin, also da steckt so, es ist sowas wie so eine Transformation, was macht der 4-Pol mit der Last, was sieht die, was sieht die Quelle von der Last übertragen über diesen 4-Pol und der 4-Pol ist eben beschrieben durch diese A-Parameter, so, und da können wir jetzt, kann man sich jetzt auch ein kleines Beispiel für überlegen, also wenn ich jetzt mal am Ausgang, ne, wir hatten bisher Leerlauf und Kurzschluss, wenn ich da jetzt mal 100 Ohm anschließe, ähm, ich habe ja auch mal die Zahlenrechnung in MATLAB gemacht, aber ich habe dummerweise glaube ich nicht, dass die Ergebnisse nicht geschrieben und irgendwie, ich weiß nicht, funktioniert mein Octave jetzt wieder, ne, irgendwie ist das Octave jetzt abgeschmiert, ähm, ja, also da, ergänze ich mal auch noch einen Zahlenwert, da muss jetzt irgendwas anderes bei rauskommen und das muss auch Ohmsch werden, das muss auch einen Ohmschen Anteil haben, so, jetzt baue ich mal diese Kurzschlussbrücke raus, wenn ich die Kurzschlussbrücke rausbaue, auf einmal ist das Bild auch irgendwie viel schärfer, ne, sieht nur so aus, ähm, dann kommen wieder die 103 raus, ne, so, und jetzt habe ich zum Glück hier schon mal auch John Pritz mäßig vorbereitet, 100 Ohm Widerstände und von den 100 Ohm Widerständen nehme ich jetzt mal einen ab und, äh, wie man sieht, habe ich mich gestern beim Meloneschneiden massakriert und, ja, so, also einen frischen 100 Ohm Widerstand, dem mache ich, baue ich jetzt mal nur ein paar Knie dran, dass der besser steht auf dem Steckbrett und schließe den jetzt mal hier auf das Steckbrett an, also, 4-Pol-Schaltung, 100 Ohm Widerstand und den muss ich jetzt noch zum, ja, also wieder, wieder sozusagen mit der, mit der restlichen Schaltung verbinden, kriege ich das hier so hin, gestellt, dass das irgendwie hält, so, so sieht das doch ganz nett aus, ja, also, 4-Pol, 100 Ohm Widerstand am Ausgang, so, und da sieht man, da kommt jetzt, da kommt jetzt was anderes raus, also vorher hatten wir irgendwie 100 und irgendwas und, ähm, jetzt, 60, jetzt haben wir irgendwie was so dazwischen und wir haben einen Phasenwinkel, der auch nicht mehr minus 90 Grad ist, jetzt versuche ich mal noch kurz, das so einzustellen bei Setup, ähm, dass wir jetzt, tja, ähm, als Real- und Imaginärteil, achso, hier, ich hätte das auch mit Phasenwinkel machen können, in Degree sehe ich gerade, das wäre vielleicht noch ein bisschen schöner gewesen, ja, also jetzt sieht man, das sind minus 72 Grad, aber ich kriege das offensichtlich nicht so ohne weiteres hin, als Real- und Imaginärteil, ja, also nochmal Setup, ähm, also es gibt ein Z mit Betrag, es gibt ein Z mit D und ein Z mit Q, was auch immer das ist, aber es gibt sozusagen keinen, also ich könnte es wieder als ein L und ein RS machen, ah doch, hier, R, R und X, das ist doch genau das, was wir suchen, ähm, also wieder zurück auf Measure, ne, jetzt kriegen wir ein Real-Teil und ein Imaginärteil, Real-Teil ist 26 Ohm, Imaginärteil sind minus J 85 Ohm, so, und wenn man das mal ausrechnet, sollte das ziemlich gut mit dem passen, ähm, was wir jetzt hier gemessen haben, ich habe jetzt hier, mein Octave funktioniert leider nicht, weil irgendwas ist immer, und, ähm, aber die Befehle stehen hier, ich ergänze nachher mal noch das Ergebnis oder morgen, so, und jetzt kommen so die letzten Ideen, also jetzt kann man sich diese Eingangsimpedanz, was wir eigentlich auch schon gemacht haben, eben als Sonderfall anschauen, als Extremfälle für Leerlauf und Kurzschluss, das sind die Sachen, die wir auch gerade schon gemessen haben, ja, und dann kommt sozusagen eine Eingangskurzschluss, Eingangsleerlaufimpedanz raus, das gleiche kann man auch nochmal für einen Ausgang machen, also wie wird eine Quellimpedanz an den Ausgang transformiert von dem Vierpol, und das würde man Ausgangsimpedanz nennen, und für die kann man dieselben Sonderfälle sich angucken, was passiert für eine ganz kleine, und was passiert für eine ganz große Quellimpedanz, so, und wenn man jetzt aus diesen, aus diesen Werten, die hier rauskommen, ja, die auch, wie man sieht, nur von den A-Parametern abhängen, wenn man daraus immer sowas wie den geometrischen Mittelwert ausrechnet, also das Produkt von beiden und davon die Wurzel, kommt da auch so ein Term raus, wo die A-Parameter drinstehen, dann nennt man das Eingangswellenwiderstand und Ausgangswellenwiderstand und die Bedeutung von diesen Eingangs- und Ausgangswellenwiderständen ist jetzt, wenn man vier Pole hat, die einen bestimmten Wellenwiderstand haben und die aneinander schließt und die den gleichen Wellenwiderstand haben, dann gibt es keine Reflektionen zwischen denen, also dann kann man Signale übertragen, ohne, nur bei hohen Frequenzen und bei schnellen Taktdrahten, ohne, dass die jeweils von der anderen Stelle wieder zurückreflektiert werden und wenn die dann noch einen reellen Wellenwiderstand haben, zum Beispiel 50 Ohm ist relativ üblich in der Hochfrequenzmesstechnik, 75 Ohm ist sehr üblich in Antennenkabeln, TV-Kabelsystemen, dann kriegt man eben so vollständig angepasste Vierpolketten hin, wo Impedanzanpassung und Leistungsanpassung stattfindet, also es gibt keine Reflektionen auf den Kabeln und man überträgt die maximal mögliche Leistung und das ist eben total wichtig für Messtechnik, für Telekommunikationstechnik, für Übertragungstechnik, also kein Computer würde funktionieren, ohne, dass man darauf Acht gibt auf so einer Leiterplatte, auf einem Mainboard, wenn ich Signal übertragen will, kann auch von der CPU zum RAM, von der CPU zur Festplatte, dann müssen die immer reflektionsfrei übertragen werden, weil sonst hätte man ganz viele Reflektionen, Signalreflektionen auf den Leitungen, dann würde da sich der eine Takt mit dem nächsten Takt überlagern, kommt da am Ende was total Unmögliches bei raus, wo man nichts mehr mit anfangen kann. Ja und das ist im Prinzip ein eigenes Forschungsgebiet für sich, wenn man so will, Signalintegrität, Signalintegrity, Powerintegrity, gibt es eigene Konferenzen zu, wo aber letztendlich man immer guckt, wie ist denn der Wellenwiderstand von den Leitungen, die man hat. So, jetzt kann ich ja nochmal abschließend hier gucken, ob zufälligerweise noch irgendwelche Fragen hier aufgeschlagen sind. Dazu muss ich mal auf das Fragenbord gehen, aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann vielen Dank und bis nächste Woche ist Professor Fick wieder da, da bin ich woanders, aber bis in zwei Wochen glaube ich, da bin ich wieder hier oder in drei Wochen, ich weiß nicht so genau. Irgendwann in diesem Semester bin ich nochmal da. Ciao, ciao. Ciao.